Willkommen zu künftiger CryptoRentnet zum heutigen Video. Heute möchte ich dir mal die ETFs vorstellen, in die ich investiere, plus einen Bonus. Viel Spaß beim Schauen. Weil immer wieder die gleiche Frage aufkommt, in welche ETFs investierst du, in welche Aktien investierst du, wo tust du das Ganze überprüfen und auch tracken. Das alles schauen wir uns heute mal kurz zusammengefasst an. Aber wir fokussieren uns heute auf die ETFs. Zu den Aktien gibt es bereits ein Video und auch da kommt natürlich ein Update-Video die Tage. Und wie du hier siehst, wir starten bei JustETF. Das ist keine Werbung, kein Sponsoring, nichts. Ich schaue da gerne einfach vorbei, weil du hier einfach ein paar ETFs finden kannst. Es gibt aber auch sehr viele andere Seiten und jeder hat hier seinen eigenen Favoriten, wo er seine ETF-Sparpläne finden kann. Natürlich auch vorneweg, das Ganze ist weder eine Anlageberatung, noch eine Anmeldeberatung, noch sonst irgendwas. Das Ganze ist meine eigene Meinung und das Ganze mache ich so, wie ich es für richtig halte. Und da kommen wir auch zum ersten Punkt. Wenn es dich interessiert, in was ich wie investiere, dann schau gern bei GetQuin vorbei. Da findest du mich natürlich unter dem Namen Krypto Rentner. Du kannst einfach mir folgen. Ich erlaube dir das Folgen. Dann kannst du gern schauen, wo und wie ich aufgestellt bin. Du siehst auch hier, das Ganze für dich ist sehr interessant. Das meiste ist kostenlos. Nur wenn du irgendwelche großen Details willst, dann wird es kosten. Wenn du dich aber über den Link in der Videobeschreibung anmeldest, bekommen wir beide einen Monat Premium kostenlos. Und dann kannst du gucken, ob es sich für dich lohnt. Ich persönlich habe das ja schon vorgestellt, weil mir das Ganze gefällt. Und dementsprechend kann ich dir das nur ans Herz legen. Kommen wir zum ersten ETF. Und das war auch im Endeffekt mein erster, weil es wohl der bekannteste ist. Und Warren Buffett und auch Buffett diesen natürlich empfiehlt und sagt, wenn er nochmal alles machen müsste, dann wäre dies seine größte Position. Du siehst es hier, das ist der iShares Core S&P 500. Du hast hier die ISIN und auch die WK1. Ich schreibe es dir auch unten in die Videobeschreibung. Da kannst du auch gerne selbst nochmal deinen Research betreiben. Wenn du dir den Chart anschaust. Klar, in den letzten Jahren ist alles nach oben gegangen. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, sei es einfach mal dahingestellt. Wir möchten ja über eine lange Zeit investieren. Auch dazu gibt es schon Videos, ab wann sich das Ganze lohnt. Dementsprechend schau gerne in meinen anderen Videos mal vorbei. Ansonsten, wenn wir das Ganze uns mal hier nochmal anschauen in der Übersicht, siehst du, dass das Ganze ziemlich gut gelaufen ist. Und wir natürlich auch hier eine sehr geringe Gebühr haben. Lediglich 0,07% pro Jahr. Was definitiv wirklich sehr günstig ist. Was mir auch wichtig ist, und das betrifft alle, es ist thesaurierend. Ich möchte da nichts sozusagen abbekommen, sondern ich möchte, dass das Ganze reinvestiert wird. Und ich so davon einfach profitiere und dann irgendwann auf dem Konto halt einiges an Geld isst. Oder eben auch nicht, wenn da eben mal wieder die Aktien in den Keller rutschen. Das Risiko haben wir immer. Deswegen tun wir ja regelmäßig investieren und auch in regelmäßigen Abständen. Ich zum Beispiel bespare diesen einmal monatlich. Aktuell mit 200 Euro, weil ich einfach aktuell zu viele Positionen habe und hier eben mein Geld aufteilen muss. Aber S&P 500 ist meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil in jedem ETF-Portfolio. Dementsprechend schau dir das Ganze mal gerne genauer an. Dann kommen wir auch schon zu dem zweiten. Und zwar der iShares Core MSCI World. MSCI World ist ja wahrscheinlich ein gängiger Begriff. Ob das wirklich World ist, sei mal dahingestellt. Weil hier mehr die Industrieländer vertreten sind als die ganze Welt. Aber es ist so. Es heißt so. Du siehst, es sind fast 1500 Positionen. Ist auch sehr weit gestreut. Auch hier, wenn wir die Charts uns anschauen, natürlich sehr gut performt. Ob das so weitergehen wird, das weiß natürlich keiner. Auch mit der Gebühr von 0,2% pro Jahr definitiv in Ordnung. Und auch wie schon erwähnt, thesaurierend. Und wie du auch siehst, das Ganze ist schon ewig alt. Dementsprechend auch ein sehr sicherer ETF. Ich möchte hier gar nicht so sehr in die Tiefe reingehen, weil man kann aus den ETFs wirklich einen riesen Fass aufmachen. Es gibt ziemlich viele ETFs von ziemlich vielen Anbietern mit ziemlich vielen unterschiedlichen Gebühren und Co. Ich habe jetzt für mich, meiner Meinung nach, nach meinen Kriterien die besten rausgesucht. Wenn dich meine Kriterien interessieren und du nochmal ein Vergleichsvideo oder irgendwas wissen oder haben möchtest, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann kommt natürlich auch gerne dazu noch ein Video. Diesen bespare ich aktuell nicht. Den habe ich ausgesetzt, weil wie gesagt, ich einfach zu viel habe, zu viel experimentiere und mich rumschau. Aber diesen werde ich definitiv bei einem geeigneten Zeitpunkt wieder in mein Portfolio mit aufnehmen. Einige Grundbestände sind da auf jeden Fall vertreten. Und dann kommen wir zu einem, den habe ich einfach mal reingepackt, weil ich ihn persönlich sehr interessant finde. Und das ist der FTSE All World. Und zwar hat dieser über 3600 Positionen, ist dennoch recht günstig. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, der ist wirklich weltweit verteilt. Da ist wirklich alles mit drinnen. Dieser hat wirklich dieses All World im Namen verdient. Und dementsprechend habe ich diesen in Verbindung mit meinen vermögenswirksamen Leistungen mir einfach mal zugelegt. Mit 0,22% definitiv nicht der günstigste, aber thesaurierend. Und wir möchten das Ganze natürlich einfach liegen lassen. Und mit diesen drei ETFs bist du definitiv gut abgesichert. Natürlich vieles wird sich doppeln, weil einfach sehr viele Branchen, aber auch Firmen einfach wichtig sind und groß sind und die da einfach mit reinfallen. Für mich passt das Ganze aber so. Wenn du mehr streuen willst und vielleicht irgendwie Nischenmärkte oder sonst irgendwas haben möchtest, dann musst du natürlich weiterschauen. Mir geht es hier wirklich um eine Art Backup, wo ich hingehe und sage, diese Dinge sind ziemlich sicher. Da dürfte nicht viel passieren. Natürlich, wenn es einen Aktiencrash gibt, dann fallen die Aktien, dann kaufe ich günstig ein und dann pendelt sich das Ganze im besten Fall irgendwann mal wieder ein. Denn im Normalfall werden nicht alle Firmen pleite gehen bzw. hier das Ganze verlassen. Dementsprechend meiner Meinung nach doch recht sicher. Aber wie gesagt, das Ganze weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung noch sonst irgendwas. Und zu der Frage, wo investiere ich in ETFs, bei mir ist das Ganze Trade Republic. Ich brauche es dir nicht vorstellen, du kennst das. Auf das Geld, was du hast, gibt es 4%. Mit der Karte gibt es 1% Cashback. Den Link findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber ich stelle die Tage auch noch einen anderen Broker vor, wo ich zum Beispiel nutze. Jetzt kommen wir aber zu dem Bonus ETF. Und da gibt es einen ganz besonderen. Und zwar der Wisdom Tree Global Quality Dividend Grow. Da geht es um einen ETF, wie du hier lesen kannst, der sich im Endeffekt um Dividenden kümmert. Der ist recht klein mit 600 Positionen, aber von der Vorgröße definitiv nicht schlecht. Wenn wir uns den mal anschauen, er performt natürlich gut. Und da hast du eben den Vorteil, dass es sich um Dividendenaktien handelt. Und diese natürlich Dividenden ausschütten und du so im besten Fall davon profitierst. Aber auch hier natürlich thesaurierend, damit dein Investment weiter wächst. Und du dann im hohen Alter oder vielleicht auch früher, je nachdem wie deine Pläne aussehen, du eben einfach abgesichert bist. Finde ich persönlich sehr interessant. Aber ich persönlich habe ihn seit kurzem erst im Auge. Bin hier noch nicht investiert. Und muss erst einmal für mich noch herausfinden, inwieweit lohnt es sich für mich in diesen zu investieren. Weil ich doch mit dem S&P und bald wieder mit dem MSCI World doch sehr gut meiner Meinung nach aufgestellt bin. Wenn du noch irgendwelche Favoriten oder Game Changer hast, dann schreib sie mir gerne unten rein. Ansonsten freue ich mich natürlich über deine Meinung zu meinen ETF-Sparplänen. Würdest du was rausschmeißen? Würdest du was ergänzen? Gerne mal unten eine Diskussion starten. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Zukünftiger Kripp-Rentner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017